Mein Name ist Sarah Henke. Ich arbeite als Küchenchefin im Restaurant Yoso in Andernach. Wir haben eine asiatisch inspirierte Aromenküche. Ja, das Thema ist ja Weihnachten und was passt nicht besser als eine Ente zu verarbeiten. Mein erster Hack ist, die gemeinsame Zeit in der Küche zu verbringen. Entweder an einem großen Tisch oder halt auch um den Herdblock drumherum und gemeinsam die Sachen zubereiten. Mein zweiter Hack ist, ein Produkt ganzheitlich zu verwenden. Mein dritter Hack ist, dass man oder ich jetzt auch Rezepte rausgesucht habe, die man gut vorbereiten kann, die man gut lagern könnte, dass man sie nicht nur heute zum Weihnachtsessen genießt, sondern halt auch noch einen Tag später. Aufhören.